Herzlich Willkommen bei Gesundheitsplus mit Niki und Nicole. Wie starten wir heute mit Workout? 30 Minuten Bauchbeine hoch. Viel Spaß! Wir starten mit Rückenlage. Wir nehmen ein Bein in die Streckung. Wir fangen jetzt lange nach unten. Schultern bleiben. Wir probieren jetzt das Bein weit und lange nach unten abfallen zu lassen. Wir nehmen den Bauch von der Vorstellung zur Grenze. Wir machen nun die letzten drei. Wir stellen dann das Bein auf und wechseln auf die andere Seite. Immer wieder Schultern locker lassen. Bauchnabel ziehen. Wir gehen tief, hoch, tief, hoch. Wir gehen tief, hoch und tief, hoch. Und wir nehmen das Bein ab und lehnen das Bein ab. Das machen wir jetzt ein bisschen dynamischer. Wir gehen tief, hoch und tief, hoch. Und oben könnt ihr es richtig probieren, das Gesäß richtig weit nach oben zu schieben. Achtung, dass die Knie nicht auseinander gehen. Und dann ein bisschen herunter. Und dann ein bisschen. Und dann ein bisschen. Dann machen wir die letzten zwei. Dann können wir die langsam wieder nach unten hin. So, wir starten mit der zweiten Übung. Vielleicht traue ich mich so viel zu uns. Wieder auf die Nippenlage, die Hände unter dem Po, Kopf ganz schön hochziehen, Beine ausstrecken und ganz leicht anfangen zu. Schau, dass du jetzt siehst, ganz drüber losst und eher die Baustein und Späckbotsch. Und drei, zwei, eins und probieren, oben noch ein bisschen halten, zehn Sekunden, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Alle schön locker lassen, Hände bleiben unter den Gesäß, Kopf wieder hoch und gehen wieder mit der Beine ausstrecken. Schau, dass die Zähne ganz schön zu Spitzen zeigt, Bauch wieder ganz fest wandeln, Beine schön aufstrecken, Atem nicht vergessen. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und ganz langsam hoch. So, komm herauf, komm herauf, gehen wir in Seitenlage weiter auf den Unterarm. Können Sie mal beide Beine anwinkeln und ihr probiert vorne auch gerade innen zu blicken. Schaut, dass der Ellenbogen hinten bündig ist mit dem Gesäß. Hand nehmen wir in Betalien und dann heben wir mal alles weg. Schauen wir, dass der Kopf schön auf der Längerin ist von der Irbelsäule. Jetzt nehmen wir die oberen Hände mit in die Strecke und bringen die Knie-Ellenbogen zusammen und strecken sie wieder. Probiert es dabei richtig bei euch langsam zu machen. Daumen, Seid, Hintern, Kopf noch weiter. Es ist ein super Übung. Jeder kann zu Hause machen und es brennt super gut ein. Genau. Pass auf, dass der Beine nicht tiefer kommt. Bleibt schön oben und probiert es richtig weit aufzumachen. Machen wir noch die letzten Reihe. Wir gehen dann langsam wieder nach oben auf den Atel. Gut, wir bleiben in der Position. Wir gehen jetzt auf den Unterarm. Ihr könnt den Kopf aufstellen. Oberen Bein wieder in die Strecke. Schön beugt. Mit der Hand vorne aufstützen. Und wir fangen an Kreise zu machen. Schön große Kreise. Schaut, dass der Rumpf stabil ist und die Schultern entspannt. Wie geht's dir, Nicole? Super. Und probiert es richtig die Kreise weit nach hinten zu machen. Genau. Richtung wechseln. Groß bleiben. Und die letzten drei. Und dann kommen wir langsam wieder mit den Beinen. Und schließen sie. Und jetzt machen wir noch einen Seitenwechsel, oder? Genau. Gut. Beide Beine wieder in den anderen Winkel. Vorne wieder versuchen wir eine gerade Linie. Oberes Bein in die Streckung. Und dann nehmen wir die obere Hand wieder mit. Gehen vorne zusammen. Ziehen uns wieder auseinander. Lang bleiben. Achtung, dass die Taille dir nicht abfällt. Ihr bleibt so. Wie geht's, Nicole? Oha. Es brennt gut. Ich hoffe, zu Hause auch. Dann hat's richtig toll gemacht. Gut. Machen wir die letzten zwei. Und gehen wir langsam wieder auf die Matte noch. Gut. Gehen wir wieder auf den Unterraum. Oberes Bein wieder lang machen. Das untere Läuft abwinkelt. Und fangen wir wieder an, leise zu machen. Schöne, grosse Kreise durch hinten. Höhlich weiter räumen. Stützt euch einfach vorne wieder rauf. Und probiert es im Bauchnäbel fest nach innen zu ziehen. Gut. Die Richtung wächst. Richtig von hinten rauf. Die Richtung wächst. Und die letzten drei. Dann können wir wieder tanzen. Können wir schon so gut auf die Bauchlage gehen. Das hier haben wir noch vorne können. Also. So. Dann rolle ich mich her. Super. Dann auch Vierbeinstand. Und da werden wir unsere Beine ganz schön ausstärken. Und hoch ziehen wie weit es geht, dass das Gesäß ganz verspannt ist. Schaut auch, dass der Bauchnabel ganz fest einzieht. Und holt es wieder ganz vor zum Bruch. Genau. Vor. Und das nicht. Wir tun nicht. Nein. Wir tun nicht. Ich stehe es ganz fest. Spannend. Bauchnabel nicht vergessen. Schaut, dass gerade die Hübersäule haltet. Und drei, zwei, eins, oben halten und dann ganz auf die Seite, und wieder ganz schön hoch, seit, und hoch. Schau auf die Zweite hin, dass die Würfel ganz schön gerade sind, die darf man nicht quetschen, schön auf die Matten schauen, und drei, zwei, eins, und schön wieder in die Brücke gehen. Dann die andere Seite, zur Brust ziehen, und ganz fest wieder. Und drei, zwei, eins, oben halten und starten. Und drei, zwei, eins, und schön tief. Jetzt gehen wir einmal nach hinten, oder? Ja. Jetzt machen wir ein bisschen Pause, was sagst du dazu? Ich würde gerne einfach machen. Das ist ja. Unsere Kunden brauchen eine Pause. Okay, dann machen wir. Wir gehen mit Füßen weiter, starten wieder auf das andere Bein, und flexen, das heißt Zehen wieder anziehen. Und wir drücken hier gerade nach oben. Wenn du die Hände ein bisschen breit oder auf so einer Stelle gelegt, dann stellt sich ein Gewichtsscheid auf dem Fuß vor, oder was du nach oben drückst. Schaut, dass du recht gerade bleibst. Jetzt machen wir die letzten drei, und bleib hoch. Und jetzt zehn ganz, ganz kleine Kurze. Jetzt sind fünf, drei, zwei, und eins. Und eine Pause. Das ist ja auch gut, oder? Ja. Schaut gut, oder? Das ist ja auch gut für die Pause. Jetzt einzeln wir zusammen. Wir gehen schon tight und zehn kleine. Kaber, wir machen Sie eine gute Pause. Und das letzte Mal, wir kämpfen wieder nach hinten und setzen uns dann mal auf die Ferse. Und rollen dann auch so viel über die Ferse raus. Nächste! Nächste! Ja! Ich würde vorschlagen, wir haben wieder auf die Mittelflage und lassen uns die Gegner ein bisschen losstehen. Arbeiten! Das heisst, wir einmal ganz ausstrecken. Gesäß ganz verspannen bitte. Und ganz langsam zu Knie hoch gehen. Und wieder langsam, wenn du schaust, dass es nicht die ganze Überkurve hoch geht. Leid und Schulterplatten lösen sich vom Boden auf. Und ganz langsam. Wenn du aufgehst, schaust auf den Bauchnabel, dass es fest einzieht. Gesäß verspannen. Und drei, zwei, eins. Kurz oben bleiben und mit Mini-Bewegungen wieder vorgehen. Bauchwands verspannen. Gesäß dran drücken. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und ganz langsam lösen sich. Einen Bein aufstecken. Die anderen bleiben ganz fest oben. Die Erne tun wir über den Kopf ziehen. Und probieren wir jetzt mit den Beinen ganz langsam aufzusitzen. Beides geht. Und wieder tief runter. Atem nicht vergessen. Und fünf. Vier. Drei. Zwo. Und die anderen Beine nochmal. Tief. 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 Wie geht's, wie gut? Gut. Ich gucke. Bei mir geht langsam die Luft aus. Wer was in den Nachen spüren, können wir gerne Einen Hand eben verliebt und Kopf nehmen. Genau. Und sich irgendwie unterstützen. Und drei. Zwo. Und eins. Ausatmen. Und wieder stellen. Ja, schon wieder in den Bellen wieder. Kann man machen. Wir gehen in Rückenlage weiter, nehmen die Hände nach hinten, Fußspitzen lang, atmen ein, mit der nächsten Ausatmen, Kopf lösen, nach oben ziehen, und dann macht es euch wieder lang, wir wollen wieder nach hinten, runterrücken, Hände bleiben, so lange wie es geht, langsam ablehnen, und dann nach hinten. Nächstes Mal nach oben auf, und lang machen, Hände ziehen, hinter dem Kopf, langsam eine Zeitung ablehnen, und ein letztes Mal, auf, langsam Hände bleiben, vorne, und ablehnen, und wir stellen die Beine auf, wir machen die gleiche Übung, nur jetzt mit den Beinen 90 Grad, Wir machen es dreimal, und wir machen es so langsam wie möglich, Hände gehen zurück, wir lösen den Kopf, gehen nach oben auf, halten den Kopf, und gehen die Zeit, bitte wie wir kunden, ohne dass ihr abfallt, und Füße bleiben wie sie sind, einatmen, ausatmen, wieder nach oben, und ihr besiegt euch nach oben auf. Wer kann, wer nicht kann, wer nicht kann, dann bist du mit der Fingerspitze, mit der Jummel, langsam ablehnen, und ein letztes Mal. Halten die Fingerspitze, und langsam wieder ablehnen, und dann kannst du die Füße wieder drücken. Gut, ein bisschen locker. Gut, machen wir dann die nächste Übung, für das drehen wir uns nochmal um in Bauchlage. Wir bringen die Hände 90 Grad, heben die Füße ab von der Matte, Blick schaut schön gerade nach unten, wir heben Hände, Brust, Füße von der Matte ab, und immer einatmen, schieben wir uns lang. Ausatmen, nach oben auf, und einatmen, nach oben, und einatmen, Länge, Schatz. Ausatmen, nach oben. Ich glaube, ich mache gerne, aber es ist auch kein Problem. Jeder weiß, dass es eigentlich auch nicht gut ist. Probierst, wenn ihr nach oben kommt, ein bisschen mehr mit höher mitzunehmen. Das Dessert bleibt unter Spannung und wir machen nur die letzten fünf. Die letzten zwei und die Hände ausgemacht und wir drücken zusammen nach oben. Und dann schieben wir uns wieder auf die Knie nach hinten. Und dann machen wir nicht weiter. Kurz einatmen und ausatmen. Ein bisschen locker zu werden. Alles locker lassen einfach. Dann soll ich auch ganz leicht mit dem Anfang mit dem Gesäß. Die machen wir weiter mit der Lendenbübelsäule. Und dann gehen wir ganz schön wieder auf die Bauchlage. Ich fange zu dir. Sie? Das war's. Eure Beine tun sich kreis. Kreuz, entschuldige. Kreuz, genau. Und jetzt euren Oberbauch ganz fest. Schrauben. Da ist der Knie halten. Und dann die runter. Fünf. Vier. Drei. 3, 2, 1, oben bleiben, die Ärmel ganz fest ausstrecken und 10 mal ganz schön ausstrecken und einziehen. Schaut bei einziehen, die Schulter bleiben ganz fest zusammenzwickt und dann ausstrecken schön mitziehen. 5, 4, 3, 2, 1 und dann ganz langsam die Tiefung zuhören. Kurz ein, ausatmen, Beine ausstrecken, Erne ausstrecken und beide drei Seiten hochziehen und tiefen. 5, 4, 3, 2, 1 und dann ganz langsam die Tiefung zuhören. Die Hände nehmen die Brust, wir gehen die Vierfüße weiter und schau, dass die Hände schön unter die Schulter rücken sind. Schön überlose im Rücken und wir lösen die Gegenseite. Wir halten die rechte Hand, linker Fuß in dem Fall, Daumen zieht nach oben und wir halten und verbinden. Wir halten die Brust. Genau. Länge schaffen, einatmen, ausatmen, überschließen. Und dann kommt Frau Lambergen. Dann kommt Frau Lambergen. Eben. Das war die schwierigere Brust. Genau. Unten zusammen Lambergen. Das war die gleiche Seite. Ganz letztes Mal. Und dann bleiben wir oben. Halten wir oben und legen wir langsam. Wir wechseln. Wir wechseln die Seite. Schaut, dass die Schultern nicht zu den Ohren bezogen sind, sondern wo sie man gestoppt. Wir gehen wieder in die Länge. Ausatmen, tief. Einatmen, Länge schaffen. Und wir können es gerne richtig übertreiben, euch richtig lang machen. Wichtig ist, dass ihr eure Fondermatte nach oben drückt. Und die letzten drei. Letztes Mal. Und wir bleiben nochmals um. Und lösen. Und gehen einmal kurz mit den Karsen. Gut. Oberkörper auf. Dreh mich so nachher mal um. Wir gehen auf die untere Arme. Wir stellen die Beine hinten auf. Und wir gehen in Blank. Und wir halten. Und wir halten. Und drückt euch von den Schultern raus. Genau. Nicht bitte einsetzen. Die Schulterplatten sollt ihr eher auseinander ziehen. Schleift. Wie gesagt, wie getan. Aber probiert euch das schön auszuwühlen. Gut, wir machen aus dieser Steigerung nur bergkant. Wir gehen auf die Atmen in den Aufstütz und gehen wieder nach oben. Wenn es zu viel ist, dann bleibt im Blech. Und Richtung wechseln. Bleiben oben, ergänzen mit anderen Kanzler. Letzten drei. Und wir bleiben wieder raus der Matte. Und bleiben nur 30 Sekunden. Bauchbleiben oben, nicht einfallen. Und zwischen die Schultern rausdrucken. Letzten zehn. Vier. Drei. Und nach. Gut, wir kommen die letzten Gedanken. Was meinst, wenn wir die letzte Übung machen? Seitlicher Blöck. Komm, wir machen. Gut. Dann, für die Anfänger, was sie nicht so gut halten können, können sie auch ganz schön, wenn es alles von Knie, Gesäß, Hüfte, Schulter, alles schön gerade ist. Und einfach aufhebt. Haltet so, ich kann auch die Ärmer hochgehen. Wer schon besser dran ist, kann ruhig. Die Ärmer, die Beine ausstrecken. Halt er die Hand. Ja, ich bin hier. Unsere Masche sind immer feuch. Ich kann ganz ausstrecken, weiterhin wieder ganz schön gerade halten. Die Ärmer ausstrecken. Gesäß zum Zwicken. Bauch ganz schön einziehen. Und halten einfach. Kopf ist schön in der Verlängerung von der Doppelsäule. Kopf ist schön in der Verlängerung von der Doppelsäule. Drei, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt ganz langsam geht es mit dem Gesäß runter und tauschen wir die Seite. Heute ist Montag. Heute ist Montag, genau. Genau. Deswegen haben wir mit der Niki ja Schwierigkeiten beide Sprachen und diese beide Übungen. Und heben wir ganz schön wieder. Schaut wieder, dass alles ganz schön gerade ist. Atem nicht vergessen. Ganz fest die Gefäße hochdrücken, Bauch einziehen und halten. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und die Blut. Gut. Machen wir am Ende gleich noch ein kleines Cooldown. Setzen die Knie durch die Schulterkreise. Und den Neunruf. Und vorne und links. Machen wir das Hände mal richtig weit auf. Ein, nach dem Aussagen weit nach vorne und unten. Und ein, nach dem Aussagen nochmal ein. Und den letztes Mal ein, nach dem Aussagen. Und schliessen. Gut. Ich glaube schon, Montag passt es früher, ich glaube auch. Tschüss!